I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. Höln TV Es ist wieder Zeit für die 10 besten Produkte in einer bestimmten Kategorie. Und heute gibt es für Sie die Top 10 Show der Neuheiten. Also die beliebtesten Neuheiten zeigen wir Ihnen jetzt. Da ist mit Sicherheit auch für Sie was Spannendes Neues mit dabei. Deswegen bleiben Sie dran und wir starten jetzt direkt mal mit Platz Nummer 10. Und diese Platzierung trifft einen aktuellen Nerv mit dem Energiekostenmesser und Stromzähler. Klar, natürlich möchten wir alle unsere Stromfresser identifizieren und Energiekostenmesser haben wir ja schon im Programm. Aber hier möchte ich mal sagen, hat wirklich jemand nachgedacht. Sie sehen, das hier ist der eigentliche Grundkorpus. Und zwar kommt der in eine Steckdose und das Gerät, welches Sie messen wollen, wird jetzt eingesteckt, wird einfach zwischengeschaltet. Aber jetzt kennen wir Energiekostenmesser, die haben dann hier das Display oder hier oben. Hier ist es unglaublich geschickt gemacht. Du siehst, wir haben ein langes Kabel. Warum? Ganz einfach, weil die Steckdose oftmals auf dem Boden ist. Da musst du auf den Boden kriechen. Hier kannst du es oben hin machen. Oder weil die Steckdose zum Beispiel vom Kühlschrank hinterm Kühlschrank ist. Da kannst du einstecken, wie du willst. Wirst du nie das Display sehen. Hier sehen wir das Display. Und hier haben wir noch ein paar Neuerungen. Es wird natürlich der Stromverbrauch, auch die aktuellen Kosten angezeigt. Hier kann man sogar zwei verschiedene Tarife einstellen. Warum? Ganz einfach, weil es immer noch Gebiete gibt von Nachtstrom. Günstiger ist als Tagstrom. Oder wenn man sogar so eine Mischkalkulation hat, also Haushaltsstrom und Industriestrom, dann hat man oftmals auch Tarifunterschiede. Muss man nicht lange umrechnen. Stellt man einfach ein. Und noch was. Hier wird auch der CO2-Ausstoß berechnet. Also was verbrauchen deine Geräte an CO2, während sie laufen? Also das ist natürlich gekoppelt mit der Leistung. Das ist klar. Und ich finde das klasse, dass es so etwas gibt. Da hat wirklich jemand nachgedacht. Vor allem die Reichweite. Die Länge, ne? Die Reichweite, ja. Also wir haben hier 1,50 Meter Reichweite. Du kannst das auch an die Wand hängen, so wie wir es hier sehen. Und jetzt kannst du eben auch Geräte, die schlecht zugänglich sind, die Steckdose kontrollieren nach ihrem Stromverbrauch. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wir wollen alle Strom sparen. Aber um Strom zu sparen, müssen wir erstmal die Stromfresser identifizieren. Und das ist eine Neuerung. Allgemein Strommesser, also Energiekostenmesser, unglaublich gefragt, waren lange ausverkauft. Diese Neuerung wird auch, da bin ich ganz sicher, ruckzuck ausverkauft sein. Du siehst, kaum vorgestellt. Und schon ist er Platz Nummer 10 von Top 10 Neuheiten. Da müssen Sie in jedem Fall schnell sein. Sehr beliebt auch die vergangenen Produkte. Schauen Sie mal, hier ist das Display. Da wird jetzt natürlich nichts angezeigt, weil wir gerade nichts in der Steckdose haben. Aber Sie sehen, wie übersichtlich das ist. Sie sehen sogar die aktuelle Uhrzeit, noch den Wochentag. Und können hier ganz genau ablesen, was sind denn jetzt meine Stromfresser, wie viel Strom verbrauche ich denn hier und da an der einen oder anderen Stelle. Und dann kann man ja auch aktiv werden. Richtig. Und wichtig ist also nicht einstecken, gucken, was ist Stromverbrauch, wieder ausstecken. Gerade den Kühlschrank, den muss man mindestens 24 Stunden überprüfen. Weil der ja andere, der läuft ja nicht immer auf vollen Touren, sondern das Kühlaggregat läuft nur, wenn es notwendig ist. Und so bekommt man eigentlich eine richtige Aussage erst nach 24 Stunden. Aber das ist prädestiniert dafür. Unglaublich einfach einzustellen, auch vom Laien sehr übersichtlich. Und Ihre Stromfresser sind ruckzuck identifiziert und dann hoffentlich auch schnell eliminiert. Ich sehe hier auch gerade, du kannst pro Woche dir das anzeigen, dass der Verbrauch, pro Monat und im ganzen Jahr. Also der rechnet das auch noch für Sie selber aus. Für nur 20,89 Euro können Sie mal den Stromfressern auf die Spur kommen mit der Artikelnummer ZX7234 und der 569. Es startet schon sehr gut hier in diese Top-10-Show der Neuheiten. Weiter geht es da jetzt mit Platz 9. Kenne ich selber noch nicht, bin ich sehr neugierig drauf. Und hierbei handelt es sich um ein Akku-Druck-Luftgebläse. Ich glaube, das haben wir richtig brandneu jetzt gerade auch bei Pearl TV, ne? Also wirklich nagelneu. Und wir haben hier, das ist der Akku-Gebläse mit Bürstenaufsatz, aber auch mit verschiedenen Düsen. Und das ist zum Reinigen von Stellen, wo man nicht beikommt. Und wenn du mal tief drüber nachdenkst, es gibt so viele Stellen. Also das Erste, wo man draufkommt, ist zum Beispiel eine, natürlich eine Computerpastatur. Ja. Du bleibst hier zwei, drei Sekunden drauf und jetzt haben wir, und ich mach's mal aus, weil Sie mich sonst nicht mehr hören. Diana hat's gleich gemacht. Haben wir drei Gebläsestufen. Bis 7000 Pascal Gebläsestärke. Und da sehen wir das, in den Haaren, wie stark das ist. Aber jetzt in der Tastatur, wenn da mal Krüme drin sind, ja? In Fensterrahmen, an ganz kleinen Schnitten, du hast gerade gesagt, süß, wenn ich da drauf gekommen bin, in den Ritzen von Sofas oder von Sesseln, ja? Dann hab ich eine Schiebetür zum Beispiel. Ich hab da bei meiner Terrasse eine Schiebetür. Da ist innen so eine Leistung. Da ist Dreck drin. Ich weiß, ich hab einen Staubsauger versucht, ich hab's mit Besen, mit allem probiert, du bekommst es nicht raus. Damit bekommst du auch sowas sauber. Und viele kaufen sich Luftdosen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Luftdosen? Ja, das sind einfach Dosen mit so einem Röhrchen dran und da kommt, wenn du drauf drückst, Druckluft raus. So eine Dose kostet 10 Euro. Die ist ein Ruckzuck leer. Du hast Müll generiert. Hiermit generierst du kein Müll. Das ist akkubetrieben, immer wieder zu verwenden, immer wieder aufladbar. Wir haben insgesamt vier Adapter. Einen sogar, um die Ecke zu blasen. Nicht mal nach vorne, sondern nach links und rechts. Innen drin, in engen Fülsen. Dann natürlich die Bürste noch dabei, sodass du alles, eben solche Kleinigkeiten sauber machen kannst. Und ich finde das klasse, dass es sowas gibt. Ich wusste es nicht vorher. Ich kenne viele, die mit diesen Druckluftdosen arbeiten, auch in der Veranstaltungstechnik. Zum Beispiel Mischpulte. Die verstauben ja auch. Die kannst du ja nicht sauber machen. Da kannst du ja nicht mal einen Eimer Wasser drüber und durchspülen. Dann sind sie nämlich Schrott. Da kannst du auch mal hiermit wegpusten. Einfach die Verstaubungen, weil Staub, gerade bei elektronischen Sachen, kann ruckzuck mal zu einer Kriechspannung führen. Diese führt dann in letzter Instanz zu einem kleinen Kurzschluss. Und dann natürlich zum Knockout des elektronischen Gerätes. Hiermit kannst du das beseitigen. Auch viele Bastler, wenn sie ihr Computergehäuse mal aufmachen, da ist Staub drin durch das Gebläse. Wie bekomme ich das sauber? Mit diesem Druckluftspender hier. Akku betrieben, immer wieder zu verwenden und wie ich finde, auch sehr, sehr günstig. Ja, ein absoluter Problemlöser hier mal wieder zum kleinen Preis. 37,99 Euro mit der Artikelnummer ZX8304 und der 569. Bestellen Sie sich das direkt nach Hause. Ich finde es praktisch, dass wir jetzt auch nicht diesen großen Sauger zum Beispiel nehmen müssen. Weil wenn ich da an eine Tastatur rangehe, die ist ja auch sensibel. Richtig. Da ist ein Sauger viel zu... Ich habe es mit dem Staubsauger auch schon probiert. Die Krümel unter der A-Taste oder der Leertaste, die bekommst du nicht raus. Und da kennt man, ich glaube, das kennt jeder, gerade bei der Tastatur, dass plötzlich irgendein Buchstabe nicht mehr geht. Einfach mal durchpusten. Das macht der Elektronik nichts, aber diese kleinen Krümel werden eben sehr, sehr zuverlässig beseitigt. Und hier sehen wir das ganze Zubehör, was dazu kommt. Den Preis finde ich phänomenal. Und es ist eine unglaubliche Hilfe, gerade bei elektronischen Geräten. Definitiv. Ist klein und kompakt, ist also leicht verstaut. Und wenn Sie die Tastatur mal wieder reinigen möchten oder beispielsweise auch den kleinen Absatz zur Gartenterrasse, dann ist das natürlich hier ideal mit den vielfältigen Aufsätzen, die Sie da auch noch mit dabei haben. Also ein sehr sinnvoller Platz Nr. 9. Weiter geht es jetzt direkt mit Platz Nr. 8. Sozusagen das gegenteilige Gerät jetzt hier mit dem Akkuhand-Staubsauger. Aber das braucht man ja auch immer. Und das tolle finde ich auch. Der hat eine tolle Größe. Also es ist für mich der kleinste Staubsauger der Welt. Ich habe noch nie einen kleineren gesehen, aber leistungsstark. Und das gerade für kleine Malheure. Wir haben vorhin die Tastatur gehabt, die kann man auch mal absaugen, aber vor allem im Auto, für Autofahrer. Und es ist ein Zyklon-Staubsauger. Wir haben hier durch Zyklon-Technologie, beutellos, HEPA-Filter ist drin. Und ich schalte ihn jetzt mal kurz ein. Hier, jetzt hören wir das von. Und jetzt kannst du mit Würste oder auch mit dem Kugenausgast ganz einfach mal in Ritzen rein. Du hast vorhin so vorgelegt, aber ich mache ihn jetzt mal aus, weil wir hier jetzt nicht saugen möchten. Ich denke auch wirklich ans Auto, gerade zwischen den Sitzen, zwischen den Armaturen. Hier, das kannst du einfach mal schnappen, zwischen rein. Die Handhabung, unglaublich einfach. Guck mal, hier machen wir auf, so einfach geht das. Hier ist der HEPA-Filter, das wird wieder ausgeleert, wenn der Behälter voll ist. Und du siehst, das war jetzt kein Hexenwerk, den auseinander oder zusammenzubauen. Und jetzt ist er wieder dienstbereit. Hier sehen wir es, in Autositzen. Also ich finde das klasse. Und vor allem einen Zyklon-Akku-Zyklon-Staubsauger, das ist es. Ja, wenn auch wirklich klein, ja, für 18,99 Euro, das ist der Wahnsinn. Ist vielleicht auch mal eine Geschenkidee für jeden Autofahrer. Ja, da kannst du auch mal im Stau stehen und mal kurz so die Kleinigkeiten wegsaugen. Und dann hast du wieder ein sauberes Auto. Ja, passt ja auch perfekt ins Handschuhfachen, ne? Ich denke, ja. Also richtig schön kompakt, auch mit dieser Zyklon-Technologie sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Die Aufsätze auch direkt mit dabei. Also fürs Auto ist der tatsächlich echt prädestiniert, finde ich. Oder auch mal für die Küchenschublade, da passt der ja auch wunderbar rein, ne? Ja, wenn du mal die kleinen Grübelmonster, die halt runterfallen beim Frühstück zum Beispiel, wenn du da nichts großes Geschirr rausholen willst. Oder wenn du auch mal gerade in den Polstermöbeln zwischen den Armaturen sauber machen willst. Hier siehst du auch was, was ganz schwer sauber zu machen ist. Die Lüftungsschlitze, die sind eigentlich fast, also bei jedem mir bekannten Auto gibt es die. Und die kriegst du einfach nicht sauber. Du kommst auch nicht zwischen rein. Hiermit kommst du zwischen rein und kannst eben dort auch mal die Staubansammlungen wegmachen. Weil ich glaube, das kennt auch jeder, wenn du eine Weile mal das Gebläse nicht anhat, das macht es an. Dann kommt gefühlt erst mal so eine Riesenstaubwolke raus. Ja, will man nicht unbedingt haben. Auch das kannst du hiermit wirklich sehr, sehr zuverlässig sauber machen. Also für mich ist es, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen kleineren gesehen haben, für mich ist es wirklich der kleinste Staubsauger der Welt. Ja, und da sammelt sich auch bei mir richtig viel Staub immer genau da, ne? Und so kleine Krümelchen. Darf ich dir mal in die Hand nehmen? Ja, natürlich. Ja, der hat ein schönes Gewicht, ne? Also es ist nicht schwer, es ist leicht, da kannst du schon das ganze Auto mit aussaugen, ne? Gerade an diesen kleinen Stellen da. Ja, und vor allem, weil er auch wieder akkubetrieben ist. Ja, du kommst überall hin, du musst nicht schauen, wo sind die Kabel, ja, wie komme ich wohin, wie lange ist mein Kabel, das ist hier total egal. HEPA-Filter drin und wir haben gesehen, der Auffangbefelder, man sieht auch, der ist ja transparent, wann er voll ist. Das heißt, wann ich zum nächsten Mülleimer muss und den ausleeren. Und du siehst, das ist auch kinderleicht, den auseinander und wieder zusammenzubauen. Total. Und er hat auch für die Größe wirklich eine beachtliche Saugleistung. Ja, absolut. Also ich bin begeistert, ich finde das gut, weil genau das ist es ja. Die großen Geschütze will man nicht immer auffahren, ne? Und da ist so ein kleiner Sauger hier super, super hilfreich und absolut praktisch. Sollten Sie sich definitiv auch direkt nach Hause bestellen für 18,99 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis mit der Artikelnummer ZX 62, 64 und der 569. Ihre Bestellnummer ist die 0800 51 51 und dreimal die 4. Das war unser Platz 8 im Bereich der Neuheiten. Auch niegelnagelneu hier bei Pearl TV werden jetzt die meisten wahrscheinlich das erste Mal gesehen haben. Also schlagen Sie da schnell zu, bevor der ausverkauft ist. Jetzt gehen wir von Platz Nummer 8 zu Platz Nummer 7. Und ich kann mir vorstellen, dass viele hier jetzt schon an Weihnachten denken. Was schenke ich jetzt meinem kleinen Enkelkind oder Enkelsohn, Enkeltochter? Also bei uns in der Firma ist jeder begeistert. Jetzt muss ich nochmal so erstaunen. Ja, ich hab's hier richtig. Was ist das denn sein? Ja, wir haben die Fernbedienung gewechselt. Also, tauschen wir mal schnell. Ein Dino. Und ich habe im ersten Moment gedacht, das ist natürlich was für die kleinen Jungs. Jetzt weiß ich mittlerweile, das ist was für jeden. Wenn wir den Dino... Diana, würdest du nochmal kurz zurücknehmen zu dir? Dann möchte ich mal... Nimm ihn einfach mal auf den Arm. Und jetzt schauen Sie mal ins Maul. Der spuckt nämlich auch noch Feuer. Guck dir mal das Rote an und jetzt kommt eine Rauchwolke raus. Und das ist schon mal phänomenal. Dazu macht er noch Geräusche. Ja, jetzt kann ich ihn natürlich steuern. Auch die Fernbedienung. Dreh sie mal in die Kamera. Ist nicht irgendeine Fernbedienung. Diana, zeig mal die Fernbedienung noch kurz bitte nach vorne. Ja, du siehst, da ist sogar so ein verstandertes Geleck mit drin. So, das mal zum Aussehen und zu der Technik. Und jetzt machen wir das einfach, wozu die gemacht sind. Jetzt machen wir ein Rennen. Diana, komm her. Du wirst sehen, das macht unglaublich Spaß. Man kann ihn lenken, links, rechts. Und jetzt kommt der Kampf. Jetzt kommt der Kampf. Warte, warte, warte. Ich gehe wieder flüchten. Es ist einfach der Wahnsinn. Und hier wird sogar bei zwei eine Eigendynamik aufgestellt. Guck mal, was die für ein Tempo haben hier. Hast du Angst vor Dinosaurier? Wer? Nö, hier, Rebecca. Nee. Nicht gut, dann kann er dir ja mal ins Bein beißen. Und jetzt guck mal, jetzt faucht er noch ein bisschen. Guck dir mal an, wie toll der auch gearbeitet ist. Und der hat auch eine richtige Größe hier. Mit 48, knapp 46 Zentimetern. Läuft über Stock und Stein. Es ist eine unglaubliche Dynamik. Das hier ist ein Highlight unterm Weihnachtsbaum. Möchtest du auch mal? Oh ja. Guck mal, ist ganz einfach. Vor, zurück und hier haben wir links und rechts. Und wenn du hier alleine drauf drückst, dann speitern noch ein bisschen Feuer. Bitte schon an Weihnachten denken. Ich bin mir ganz sicher, bei den jungen Herren, wenn da 20 Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen und dieser Dino ist dabei, der wird die ganze Nacht gespielt. Da bin ich hundertprozentig sicher. Das ist das Highlight. Und wenn Sie zwei Jungs in der Familie haben, dann verschenken Sie zwei. Sie merken auch, die Fernbedienungen tun sich nicht weh. Die beißen sich nicht. Man kann da wirklich ganze Dinosaurier kämpfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kampf der Giganten. Hol sie dir, Rebecca. Komm. Hol sie dir. Kampf der Giganten. Ich versuche sie abzuschrecken. Aber die geben jetzt die Fernbedienungen gar nicht mehr her. Da brauche ich jetzt überhaupt nicht überlegen oder fragen, weil denen macht das so viel Spaß. Ist akkubetrieben. Das ist für uns Eltern und Großeltern wieder wichtig, dass ich da keine Batterien kaufen muss. Aber mit 20 Minuten Spielzeit ist das wirklich ausgiebig. Und dann macht der Dino mal eine kurze Pause. Übrigens, der Rauch wird natürlich im Inneren erzeugt. Einfach, da ist so eine Pipette dabei. Da wird ein ganz klein wenig Wasser mit eingefüllt. Und dann ist der Dino noch gefährlicher. Rebecca, wir kämpfen. Er spankt Feuer. Wer von euch ist denn jetzt der Feige, der immer abhaut? Ich kann es gerade nicht mehr identifizieren. Oh, der beißt. Ich glaube, der hat noch bis zu Abend gegessen. Das ist der Wahnsinn, oder? Richtige Drohgebärden hier. Ich könnte auch stundenlang zuschauen, Rebecca. Ja, ich finde es auch total faszinierend. So unentschieden. Beide liegen auf dem Boden. Optisch sind die auch einfach echt toll. Auch wenn du die einfach so im Kinderregal stehen hast. Also da guckt jeder Klassenkamerad genauer hin. Weil die so tolle Schuppen haben, die leuchtenden Augen, das Walmen auch im Maul. Also ich bin total fasziniert. Und hin und weg. Das ist ein richtiges Highlight unterm Weihnachtsbaum. Da bin ich mir sicher. Der Preis ist auch ein Highlight. 56,99 Euro für diesen XL-Dinosaurier mit dem Sound, mit dem Sprühnebel, mit den Drohgebärden, mit dem wackelnden Schwanz und, und, und. Die Bestellnummer ist die ZX 72, 32 und die 569 garantiert eine Freude. Und Sie können auch mit Sicherheit jetzt beim nächsten Platz an die Geschenkezeit denken. Jetzt mit Platz Nr. 6. Ich bin ein kleiner Uhrenliebhaber und viele Männer teilen diese Leidenschaft mit mir. Und das ist eine nagelneue Uhr bei uns, die an Technik und Schönheit fast nicht zu übertreffen ist. Es ist eine Funk- und Solaruhr. Also die geht immer haargenau. Sie können Ihre Uhr zu Hause jetzt mal vergleichen, wenn Sie live zuschauen. Wir haben knapp eine Minute vor acht. Aber das Besondere ist, wir haben hier nicht nur eine analoge Uhr, sondern unten auch eine Digitaluhr, bei der auch auf Wunsch noch Wochen, also das Datum und Wochentag angezeigt wird. Oder auch eine Weltzeituhr. Hier sehen wir dieses komplett aus Edelstahl gemachte Armband, das sehr, sehr angenehm zu tragen ist. Hier Sicherheitsfallspieße. Und ganz wichtig, und das finde ich einzigartig, ich hoffe, Sie sehen es, wenn jetzt diese Uhr normalerweise mit einer Gliederarmband, wenn die nicht ganz ans Handgelenk passt, dann muss ich zum Uhrmacher und muss Glieder entnehmen lassen und antassen lassen. Hier haben wir eine besondere Technik. Ich kann das Werkzeug los, und da innen geht es, vergrößern oder verkleinern, so dass es mir passt. Also diese Uhr muss nicht erst zum Uhrmacher, bis sie passt, die passt sofort. Und ich ziehe sie jetzt mal an und passe mal an mich an. Ich glaube, das habe ich schon. Gucken wir mal, jetzt perfekt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen, Stammzuschauer kennen meine Lieblingsuhr. Das ist eigentlich die logische Konsequenz daraus. Die ist technisch, also Sie sehen hier, technisch ganz ähnlich, optisch, aber technisch ist die obere. Die hier noch ein bisschen besser und moderner durch diese LCD-Anzeige zusätzlich. Sieht richtig toll aus. Natürlich hier von der Technik her, Funkuhr, die bekommt regelmäßig ein Funksignal. Beim ersten Mal übrigens kalibrieren, bitte diesen Schritt unbedingt beachten. Der geht ganz einfach, alle Zeiger manuell auf zwölf Stellen, hier oben auf die Taste drücken, drei Sekunden lang. Und dann die Uhr mal eine halbe Stunde liegen lassen. Dann macht sie alles andere von allein. Man muss kein Datum einstellen, man muss gar nichts machen. Also das nur zur Einrichtung. Ab da macht sie alles allein. Selbst wenn ich sie mal drei Monate in der dunklen Schublade liegen lasse, sie hat so viel Gangreserve, dann läuft sie immer noch und sie sieht einfach fantastisch aus. Ist eine tolle, tolle Geschenkidee für Menschen wie mich. Also wenn Sie noch kein Weihnachtsgeschenk für mich haben, ich würde mich über diese Uhr riesig freuen. Nein, aber gerade bei Männern und viele Männer, da sagt man ja, der hat doch schon alles. Was soll ich dem kaufen? Eine solche Uhr, dessen bin ich mir sicher, geht immer und wird ein Volltreffer. Und nochmal das Armband, wenn wir jetzt schon so nah dran sind. Und dann schauen Sie hier, da sehen wir das, das ist jetzt um zwei Glieder im Prinzip verkürzt von mir, aber ohne, dass ich zum Uhrmacher gehen musste. Da macht man einfach diese Lasche auf, zieht oder schiebt es entsprechend, bis es passt. Und dann hat man die genau passende, wunderbare, moderne Uhr. Und jetzt guck dir mal die Optik an. Also die sieht doch nicht aus wie 94 Euro. Überhaupt nicht. 200, 300 Euro würde man hier mutmaßen bei einer solchen Uhr. Und ich denke auch, wenn die irgendwo beim Juwelier hängt, wird das auch anstandslos bezahlt. Sie müssen sich bezahlen, denn Sie bekommen für diese fantastische Uhr den TV-Sonderpreis. Der liegt bei nur 94,99 Euro. Das ist diese Uhr allemal wert. Die sieht optisch sehr, sehr hochwertig aus. Ist sie natürlich auch. Und ich finde, das ist so eine Uhr, die passt zu jedem Herrenoutfit. Die ist sowohl sportlich als auch elegant. Passt perfekt zum Hemd, aber auch zum T-Shirt. Genau, das kann man sportlich machen, leger oder dann auch Anzug und Krawatte. Und schön finde ich auch, so kommt es zu Ihnen. Das ist im Prinzip schon ein fertig gepacktes Geschenk hier. Da siehst du auch ganz edel Sankt Leonard nochmal in goldener Schrift drauf projiziert. Es sieht einfach fantastisch aus. Also hier noch ein bisschen Geschenkpapier drum, eine Schleife. Und dann ist es das perfekte Geschenk für einen Mann, der schon alles hat. Ja, für Uhrenliebhaber, wie auch für Menschen, die vielleicht noch keine Uhr haben. Denn diese Uhr, würde ich mal behaupten, die dürfte nun wirklich den allermeisten sehr, sehr gut gefallen. Hier sehr sportlich und zugleich elegant nochmal für nur 94,99 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX 9002 und die 569 für diese tolle Sankt-Leonard-Uhr. Sehr, sehr schick, auch mit der Geschenkverpackung. Also quasi direkt bereit zum Verschenken oder um sich selber mal eine kleine Freude zu machen. Vielleicht haben Sie auch Lust auf eine neue Uhr. Das könnte aber auch vielleicht die nächste sein, die für Sie in Frage kommt, hier auf Platz Nummer 5. Für diejenigen, die es nämlich gerne digital mögen, könnte auch so eine Fitness-Smartwatch das Richtige sein. Also Smartwatches sind, glaube ich, in aller Munde und auch Fitness-Uhren sind in aller Munde. Und hier haben wir für mich die beste Kombination, die wir im Programm haben. Es ist eine Uhr, die ich auch natürlich selbst bei größter Sonneneinstrahlung sofort klar und deutlich auf dem Display erkennen kann. Aber es ist auch Vitalüberwachung. Ich kann meine Vitalwerte mir jederzeit anzeigen lassen. Ob das der Puls ist, ob das die Herzfrequenz ist oder der Blutdruck, ob das der Blutsauerstoff ist, die Atemfrequenz, die Körpertemperatur oder ob es meine Schlaf ist, den ich überwachen will. Und all das macht diese Uhr auf Wunsch oder dynamisch mit natürlich einer Auswertungs-App auf dem Smartphone und mit dem Smartphone verbunden. Heißt das, oh da sehen wir nochmal die ganzen Tasten, mit dem Smartphone verbunden, heißt das, dass du auch sämtliche Nachrichten, die auf dem Smartphone ankommen, jetzt auf die Uhr bekommst. Sportarten kannst du dynamisch einstellen, es sind sieben Sportarten hinterlegt. Hier sehen wir jetzt übrigens mal die Herzfrequenz und da wird auch ein EKG erstellt. Ganz wichtig, natürlich Vitalwerte im Blick erhalten ist immer gut, aber so eine Uhr ersetzt niemals einen Arztbesuch. Aber es kann wertvolle Hinweise auch dem Arzt geben, wenn man dann mal mit der Auswertung, die man hat, auch mal sagt, gucken Sie, das war die letzte Zeit, das hat meine Fitnessuhr gemessen, schauen Sie doch mal, ob da alles okay ist. Aber nochmal, es ersetzt niemals einen Arztbesuch. Sportarten, wirklich dynamisch einstellen, beim Yoga zum Beispiel hast du eine ganz andere Dynamik als beim Laufen oder beim Tischtennisspielen oder ähnliches, das kannst du entsprechend einstellen. Die Uhr ist aus Vollmetall und absolut wasserdicht, das heißt, du kannst damit auch schwimmen gehen und somit ist es für mich wirklich die beste Fitnessuhr, Smartwatch, die wir jemals hatten. Und ähnliche, ich habe erst die Werbung gesehen, ähnliche Optionen, die wir hier haben, mit der Hälfte ungefähr der Vitalwerte, die man anzeigen kann, da macht gerade ein amerikanischer Hersteller Riesenwerbung und die kostet 500 Euro oder so. Also hier muss ich sagen, mit 104,49 Euro sind wir ganz vorne in der Preisgestaltung. Sie sehen, auch das Display können Sie aussuchen. Und natürlich, der Grundgedanke, das haben wir gerade gesehen, ist natürlich der Schrittezähler. Also hier einfach seine Ziele setzen und dann auch erreichen und sich damit motivieren. Aber die Zusatzoptionen, die wir hier alle sehen, die ganzen Applikationen, die wir hier sehen, die schon dabei sind, wie auch Musikfernsteuerung oder auch natürlich vom Handy dann die Kamerafernsteuerung. Das geht. Hier sehen wir auch was, Blutdruck, da müssen Sie nur den Kontakt für ein paar Sekunden halten und den Arm ruhig halten. Also auch das kann hier angezeigt werden. Nochmal die Atemfrequenz, das habe ich noch nie gesehen bei der Fitnessuhr, dass das passiert. Dann haben wir natürlich auch die Körpertemperatur, die hier permanent angezeigt wird, wenn Sie das wünschen. Und also so viele Optionen. Ich denke, ich habe hier sogar jetzt die Hälfte der Optionen vergessen. Aber es ist, das muss ich nochmal wiederholen, für mich die beste Fitnessuhr-Smartwatch bei uns im Programm. Ich habe sie dir gerade aus den Händen gerissen, weil ich sie unbedingt in der Hand halten wollte, um zu sehen, wie die sich anfühlt. Die fühlt sich unglaublich toll und hochwertig an. Diese Uhr, die hat ein gewisses Gewicht, das merkst du auch richtig. Auch das Band sehr, sehr angenehm zu tragen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich die jetzt längere Zeit tragen würde, ich würde sie nicht merken. Und schau mal, auch hier, es passt wieder perfekt zum Outfit, zu Dianas Outfit, zu meinem Outfit, zu deinem Outfit wieder. Also ein richtiger Allrounder. Ich finde das sehr, sehr schick. Ich habe auch schon mein Lieblings-Outfit gefunden. Ja, meine Lieblingsanzeige gefunden. Ich glaube, das findet auch jeder. Du kannst so Chronographen-Look machen, moderne Uhr dann nur zahlen. Also jeder findet das mit Sicherheit. Du hast viele, viele Modelle zur Auswahl. Aber schön finde ich, wie einfach die Uhr ist, wie klar zu erkennen. Und Sie sehen das jetzt. Ich habe schon Fitnessuhren gesehen. Da brauchst du eine Lupe, damit du überhaupt irgendwas erkennst. Und wenn dann die Sonne noch scheint, hat man gar keine Chance, was zu sehen. Hier natürlich die Uhr, die App dazu ist selbstverständlich kostenlos. Und da hat man dann auch Langzeitwerte. Jetzt nicht nur der Trainingserfolge oder dass man sich mehr bewegt als vorher, sondern natürlich auch die Vitalwerte werden langzeitmäßig erfasst. Und da kann man dann auch schon mal, gerade beim EKG oder so, die eine oder andere Unregelmäßigkeit erkennen. Ich glaube, der Arzt ist auch dankbar, wenn man ihm sagen kann, schauen Sie mal, da steigt mein Puls oder da zeigt meine Uhr an. Ich hätte einen hohen Blutdruck. Das passiert in den Situationen. Ich glaube, da ist ein Arzt sehr dankbar. Ja, das ist eine tolle Übersicht, ein toller Anhaltspunkt. Und überhaupt eine sehr, sehr stilvolle Fitness-Smartwatch, die Sie sich mit der Artikelnummer ZX5291 und der 569 direkt nach Hause bestellen können, hat mich auch sehr überzeugt. Weiter geht's jetzt von Platz Nummer 5 auf Platz Nummer 4. Und da hat es ein Solar- und Dynamo-Kopperradio draufgeschafft auf Platz 4. Ebenfalls eine Neuheit. Also das ist eigentlich in jeder Zeit ein wirklich hervorragendes Radio, weil es unter Umständen, wenn es sein muss, komplett ohne Strom auskommt. Ja, im Normalbetrieb, also wenn wir zu Hause sind, laden wir es, den Akku auf per Mikro-USB und dann haben wir hier 12 Stunden Musikgenuss oder auch mit Direktstrom. Aber interessant wird es, wenn man kein Strom, aus welchem Grund auch immer, zur Verfügung ist, dann haben wir hier oben ein Solarpanel, welches dann die Sonnenenergie nutzt, um den Akku wieder zu laden. Und wenn es dunkel wird und kein Zusatzstrom mehr kommt über Sonne und trotzdem der Akku leer ist, dann haben wir hinten eine Handkurbel. Und diese Handkurbel ist wie im Prinzip ein Fahrrad-Dynamo, mit dem ich drehen kann, aber jetzt nicht nur, solange ich drehe, läuft jetzt Musik, sondern ich drehe eine Minute und habe dann circa 12 bis 15 Minuten Radio. Das heißt, sehr, sehr effektiv. Und somit erstummt das Radio nie. Und Radio, jetzt rede ich mal wirklich von einer Katastrophe, wenn es irgendeine Katastrophe gäbe. Radio ist das zuverlässigste Medium und das wird nach vielen Experten zufolge auch das letzte Medium sein, das im Weltuntergang noch sendet. Dabei bekommt man noch Informationen, hier übrigens UKW und Mittelwelle. Dann haben wir noch eine schöne Lampe und eine Alarmanlage mit drin. Man kann also auch auf sich aufmerksam machen im Notfall mit diesem Radio. Selbstversorger, absolut toll. Hier sehen wir AM, also Mittelwelle und FM, UKW, also zwei Bänder haben wir hier. Ein analoges Radio, das ist auch ganz wichtig, weil das sagen auch viele Experten, bei einem größeren, längeren Stromausfall werden die digitalen Geräte nicht mehr empfangen. Und deshalb analog und ein absoluter Selbstversorger. Ich finde das Format hier auch klasse, muss ich sagen. Sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich. Alles mit dabei, was ich brauche, auch die Schlaufe. Also ideal für unterwegs auch oder eben auch für Notfälle. Und ein kleines Radio braucht man ja hier und da immer mal, zum Beispiel in der kleinen Werkstatt zum Beispiel. Und dann haben Sie hier auch noch für alle Fälle eben diese Notfalloptionen. 28,49 Euro ist Ihr TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer ist die ZX 3273 und die 569. Sehr praktisch und sehr beliebt bei mir ist auch die folgende Neuheit, die wir uns jetzt anschauen. Platz Nummer drei. Es wird nämlich jetzt fischelig mit einer Decke, die nicht nur eine schöne Decke ist. Nein, es ist viel, viel mehr. Aber fangen wir mal mit der Decke an. Das hier ist sie und die ist wunderschön. Und ich darf sie dir mal geben. Die hat auch eine stattliche Größe. 1 Meter mal 1,80 Meter. So, aber ich klaue dir jetzt noch mal das Fußteil hier, beziehungsweise zeige die Innenseite. Also erstmal sehr edel, sehr leicht anzufühlen. Ich liebe die Farbe, ja. Die Farbe ist gigantisch, passt auch gut zu deinen Fingernägeln, haben wir mal festgestellt. Ja. Aber jetzt kommen wir zu etwas Besonderem. Und zwar siehst du hier diesen Anschluss und zwar einen USB-Anschluss. Hier, die Powerbank ist die treibende Kraft, die ist übrigens im Lieferumfang mit enthalten. Und wenn man die jetzt anschalten, jetzt siehst du hier gleich, kommt Strom und sehen wir hier das Licht. Grünes Licht, das heißt, es ist, Moment, ich muss es umdrehen, jetzt geht es besser. So, und dann haben wir hier Strom drauf. Und jetzt kann ich hier die Temperatur einstellen. Und das ist also eine Heizdecke und fühl es mal, ob du irgendwo Heizelemente oder ähnliche spürst. Ich denke, nein, das ist nämlich eine Nanotechnologie, die ich so vorher noch nie gesehen habe. Jetzt kannst du einstellen zwischen drei Temperaturstufen und das Ganze braucht extrem wenig Strom. Das ist heutzutage auch ganz, ganz wichtig. Sie wissen, ich kann nicht einfach mal eine Heizdecke mit 100 Watt noch zusätzlich machen, sondern hier, das ist wirklich extrem gut. Du siehst an der Farbe, die wir hier haben, an dem kleinen Knöpfchen, ich hoffe, Sie sehen es jetzt auch, die grüne Farbe. Ich folge der Kamera einfach mal ein bisschen. Da sehen Sie, jetzt wird es dann orange oder rot. Dementsprechend die Farbe. Und hier, ich mache es jetzt nicht, aber hier haben wir so eine kleine Tasche. Guck mal, da verschwindet die Powerbank mit dem Kabel dann komplett drin. Den kann ich mit der Decke dann auch durch die ganze Wohnung wandern. Ich nehme die Powerbank einfach mit. Das wäre mit einer Kabel gebundenen Decke nicht möglich. Nein, du hast da immer eine Serienbegrenzung mit einem Meter oder so. Jetzt hier würde ich mal sagen, wenn du sie im Dauerbetrieb hast, die braucht so wenig Strom, 19 Watt und es geht über 5 Volt, dass man hier wirklich einmal in der Woche vielleicht die Powerbank mal kontrolliert, wie voll ist sie noch. Und jetzt haben wir hier eine unglaubliche Infrarot-Technologie. Das ist also auch wieder interessant, keine Heidspulen, sondern Nano-Infrarot-Technologie, die hier eine Tiefenwärme erzeugt. Und du entscheidest, welche Wärme und du wirst dich sofort wohlfühlen. Und jetzt haben wir noch einen Clou. Du kannst also auch diese Decke, beziehungsweise dieses Empfangsteil hier, ganz einfach mit deinem Handy verbinden. Das ist WLAN-fähig. Und jetzt kannst du über das Handy deine Temperatur einstellen. Du kannst sogar Schaltpläne erstellen oder Ähnliches. Das geht auch noch, aber muss man nicht. Das hier ist schon Komfort genug. Der eine drückt ganz einfach auf die Wunschtemperatur bis zu 55 Grad, kannst du hier einstellen. Und es ist für mich also ein kleines Weltwunder. Ich kenne Heizdecken noch von früher von meiner Mutter. Die hatte eine im Bett, die war also wirklich dick und steif. Die konnte man gar nicht bewegen. Die war einfach im Unterbett, um das zu heizen. Ich habe eine Heizdecke zu Hause, die ist schon sehr richtig kuschelig. Aber man spürt doch die Heizelemente und die braucht auch ein bisschen was an Strom. Hier, man spürt kein Heizelement. Da sind diese Nanotechnologie-Partikel drin. Und mit Powerbank, also keine 230 Volt, sondern 5 Volt USB-Strom reicht. Bei 19 Watt Stromverbrauch brauchen wir das gar nicht erwähnen von der Stromrechnung her. Und trotzdem bis zu 55 Grad haben wir hier. Und du siehst, so einfach wird es gesteuert. Also einfacher geht es gar nicht und komfortabler. Und auch hier wieder, ich muss bei unseren neuen, oftmals die Superlative erwähnen. Das ist die beste Heizdecke, die ich jemals gesehen habe. Ja, ich finde die auch wunderschön. Sehr, sehr kuschelig weiche. Also auch ohne Heizfunktion. Eine sehr, sehr tolle Decke. Ich kann ja die Powerbank jederzeit abnehmen, wenn ich ja auch die Decke im Sommer nutzen möchte. Richtig, die würde auch so reichen. Die ist ja unglaublich angenehm, oder? Total angenehm, sehr, sehr leicht. Und das darf sie ja auch sein, weil sie ja diese Heizfunktion hat. Richtig. Deswegen muss es ja keine ultradicke Decke sein. Gewicht ist nicht gleich Wärme in dem Fall. Also ganz hauchdünn und trotzdem Wärme. Man kann sie natürlich auch ins Bett legen, ins Bett vorwärmen. Man kann sie auch ohne Heizfunktion tagsüber als Überdecke nehmen, weil so edel wie die aussieht, wird man sie sehen wollen oder zeigen. Also für mich nochmal die beste Heizdecke bei uns im Programm. Ich bin ganz bei dir, Ralf, muss ich sagen. Diese Decke ist einfach der Knaller. Wunderschön heizend, wärmend. Und da wird es einem auch sehr, sehr schnell an kalten Tagen sehr, sehr warm zu Hause. Ich habe die Heizung übrigens immer noch nicht angemacht bei mir. Ich werde es auch so lange wie möglich hinauszögern. Mit so einer Decke geht das auch sehr gut. 113,99 Euro ist Ihr TV-Sonderpreis, den Sie sich mit der folgenden Bestellnummer sichern können. Der ZX-8266 und der 569 kann ich sehr gut verstehen, dass diese Heizdecke es unter die Top 3 der Neuheiten geschafft hat. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummero 2. Platz 2 ist zweigeteilt. Wir haben hier eine Dashcam-Kamera und gleich auch noch mit einem netten Zusatz, wenn ich das richtig sehe. So, eine Dashcam ist eigentlich wieder falsch. Wir haben die Dashcam schlechthin. Auch hier muss ich wieder sagen, die beste Dashcam, die wir im Programm haben. Und ich darf sie dir einfach mal kurz in die Hand geben, weil ich mache sie jetzt mal symbolisch fest, ganz einfach mit unserer Zündung. Also würden wir die Zündung anmachen. Und Sie sehen, gleich geht die Kamera an. So, und jetzt haben wir eine Auflösung von 4K UHD. Das ist die Bildqualität, die auch unsere Studiokameras haben. Jetzt sagt er mir, bitte Karte noch einlegen. Hier können Sie ein MicroSD-Speichermodul einlegen bis 256 GB. Und jetzt haben wir hier mit einem 140 Grad Weitwinkel wirklich die beste Aufnahmequalität, die ich jemals bei einer Dashcam gesehen habe. Zusatzoption, wir haben hier auch einen Parkplatzwächter. Das heißt, wenn die Zündung ausgeht, geht die Kamera in Intervallen an und filmt, was passiert. Also wenn mal jemand auf dem Parkplatz mit dem Auto dagegen fährt, würde das übrigens auch der G-Sensor reagieren, würde angehen. Aber wichtig ist natürlich der unbestechliche Zeuge bei der Fahrt. GPS-fähig ist diese Dashcam genauso. Das heißt also, nicht nur gestochen scharfe Bilder von jedem Meter Ihrer Fahrt werden ausgenommen, sondern auch Standort und Uhrzeit und Geschwindigkeit über GPS. Unbestechliche Daten. Es gibt auch so Unfälle, wo dann jemand sagt, ja, ich bin zwar schuld, aber der da war viel zu schnell. Ja, dann können Sie sagen, nee, 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 der da hat eine Dashcam mit GPS. Datum, Uhrzeitstempel, alles mit drin. Das Ganze übrigens auch wieder WLAN-fähig. Wenn Sie wollen, können Sie diese Aufnahmen auch gerne steuern über Ihr Smartphone, beziehungsweise mit, oder gerade der Beifahrer, das Ganze schauen oder einstellen. Der Monitor ganz, ganz klein, trotzdem hochauflösend, natürlich nicht 4K. 4K ist die Aufnahme, die gespeichert wird, die Sie später schauen können. Aber der verschwindet eigentlich fast schon hinterm Rückspiegel. Man muss den ja nicht sehen, das ist nur ein Referenzmonitor. Man kann darauf aber natürlich dann auch schon mal aufgenommene Sachen speichern. Und wenn ich Verkehrsminister wäre, werde ich nie sein, war ich auch nie, aber wenn ich wäre, ich hätte schon lang ein Gesetz auf den Weg gebracht, das verpflichtend für Autofahrer macht, dass sie eine Dashcam im Auto haben. Denn die Raser würden weniger rasen, Drängler weniger drängeln und Nörgler weniger nörgeln. Und für mich auch wieder, und Sie sehen, wir haben hier wirklich viele Superlativen heute, die neuen Geräte sind einfach nochmal eine neue Generation. Die beste Dashcam, schon allein von der Auflösung, 4K UHD, Weitwinkel 140 Grad, GPS, dann Parkplatzwächter. Also selbst wenn der Strom jetzt weg ist, ich muss mal schauen, ob wir das jetzt simulieren können. Und ich ziehe jetzt mal den Strom ab. So, jetzt habe ich einen ab. Ach, jetzt sind wir gerade im Zuspieler. Aber du wirst sehen, intervallmäßig geht die Kamera jetzt trotzdem an und wieder aus. Ja, und macht immer wieder Filme. Und das ist toll. Hier sehen wir mal Aufnahmen von der Dashcam. Ich glaube, jede von uns haben schon ähnliche Szenarien, hoffentlich ohne Unfall, erlebt. Aber ganz wichtig ist es dann, dass man dann natürlich einen unbestechlichen Zeugen hat. Und das ist so eine Kamera. Du kannst ja auch einen Notar nebendran sitzen, der jeden Meter deines Fahrens verfolgt und dann sagt, das und das ist passiert. Brauchst du aber nicht mit so einer Dashcam, ist das nicht notwendig, weil du deinen Zeugen an der Windschutzscheibe hast. Und es gibt noch, das ist auch ganz wichtig, ein Grundsatzverteil. Das fiel im Mai 2018, da hat der Bundesgerichtshof erkannt, dass relevante Aufnahmen einer Dashcam vor Gericht als Beweismittel zugelassen werden müssen. Und Sie haben hier mal ein paar Inspirationen gesehen, was denn von Dashcams alles aufgenommen wird. Teilweise unglaubliche Sachen. Aber Diana, du bist ja auch viel auf der Straße unterwegs. Es passieren immer wieder so komische Situationen. Ja, und du erinnerst nicht, wie genau das passiert. Zum Beispiel, das ist auch, das passiert immer so schnell alles. Also für mich, ich muss sagen, zum Beispiel in der Ukraine, in Russland, jede zweite Auto hat diese Kamera. Das bedeutet für uns, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, in Deutschland sind wir noch ein bisschen zurückhaltend, aber wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass es irgendwann mal sein könnte. Übrigens gibt es schon einige Versicherungen, Autoversicherungen in Deutschland, die ihr Rabattsystem nochmal runterrabattieren, wenn der Fahrer eine Dashcam besitzt. So eine wäre Optimum für mich. Viele sagen, Full HD sollte sein. Und hier haben wir natürlich Full HD nochmal übertroffen mit 4K UHD. Und wir haben auch das GPS, was auch sehr wichtig ist. Und die Parkplatzfunktion, die Parkplatzlechterfunktion. Aber Sie werden wirklich eine umfangreiche Bedienungsanleitung bekommen. Aber Sie werden sehen, im Endeffekt ist es ein Kinderspiel, die einzurichten. Und wenn man sie nochmal eingerichtet hat, dann vergisst man auch ganz, ganz schnell, dass man sie überhaupt hat. Man muss da gar nicht mehr dran denken. Man muss nur wieder dran denken, wenn man mal dummerweise einen Unfall baut. Weil das passiert ja teilweise so schnell, dass man selber nicht weiß, was passiert ist, dass man dann auf die geschossenen Aufnahmen schaut, die übrigens dann auch schreibgeschützt hier gespeichert werden. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir so oft hier das Bild auch gezeigt haben. Weil hier auf dem Bild, auf dem Referenzmonitor siehst du schon die gute Qualität. Das erkennte ich bisher auch nicht von anderen Modellen. Also diese gute Qualität schon allein hier erkennbar. Und es macht einfach Sinn. Also es macht einfach Sinn für den Fall der Fälle. Aber auch darüber hinaus ist es ja auch einfach mal cool, eine Dashcam zu haben. Und schöne Landschaftsaufnahmen damit auch mal machen zu können in der Theorie. Ist ja kein großer Aufwand. Genau, jetzt hätte ich gerne den zweiten Teil. Ich bitte dich, Diana, würdest du uns die Erweiterung noch holen? Einfach mal kurz rüber gehen zu unserem Leo. Sind wir schon beim zweiten Teil? Ja, wir haben noch einen zweiten Teil. Dann gebe ich Ihnen so lange die Bestellnummer durch. Das ist die ZX3310 und die 569 von der 4K UHD Dashcam. Aber Sie können auch direkt bei der Bestellnummer bleiben, die Sie gerade eingeblendet sehen. Weil ich glaube, das könnte auch sehr nützlich sein, was wir jetzt hier noch zusätzlich dabei haben. Ja, und zwar haben wir jetzt noch zusätzlich zu der Dashcam, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, eine Heckkamera. Die wird also ganz einfach hinten an der Scheibe angebracht, innen. Ist auch egal, ob Sie eine Heckheizung haben oder nicht. Und wenn du sie einsteckst, geht es rein? Ja, ist das richtig? Richtig. Du wirst sehen, nach ein paar Sekunden findet sich das Bild automatisch. Sieben Meter Kabel haben wir dabei. Das kann man ganz bequem über den Boden oder über den Himmel laufen lassen. Und jetzt haben wir nicht nur nach vorne mit 140 Grad, sondern fast eine Rundumsicht hier mit 2K-Kamera. Und wenn du uns jetzt mal den Monitor zeigst, da sehen wir beide Bilder automatisch verbunden. Und die werden auch automatisch aufgenommen auf der Mikro-SC-Karte. Das heißt, hier noch mal einen Schritt mehr, nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten wird alles aufgezeichnet, was passiert. Viele Unfälle spielen sich natürlich im Rumsmoment vorne ab, aber der Rest dann hinten dran. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Hier für 151,99 Euro die 4K-UHD-Dashcam mit der Heckkamera bestellen Sie mit der Bestellnummer ZX3312 und der 569. Platz 2 unserer Neuheiten, diese Dashcam. Denn ja, unsere Perl-TV-Kunden wollen sich sicher fühlen beim Autofahren. Und dafür ist eine Dashcam definitiv sinnvoll. Und Sie können es sich schon denken, Platz Nummer 1 ist auch sehr, sehr sinnvoll. Wir schauen ihn uns jetzt mal an. Und da haben wir Ihnen unseren neuen Benzin-Inverter-Generator mitgebracht. Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch aufgrund der Schlagzeilen, wir hören alle Blackout möglich. Viele sagen sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Die Bundesregierung hat in Artikeln schon geraten, holen Sie sich ein Notstromaggregat. Und das hier ist vom Kosten-Nutzen und auch von der Effektivität eines der besten, Sie sehen es wieder, ich bin wieder bei der Superlative, Generatoren, die wir haben. Inverter-Generator heißt, wer durch Motorleistung, also ein Viertakt-Motor arbeitet hier mit knapp 6 PS, also 4,6 kW, der erzeugt Gleichstrom, welcher dann gewechselwandelt wird in Wechselstrom. Der Vorteil ist, im Vergleich zu einem Dieselaggregat oder anderen Generatoren, man hat keine Spannungsschwankungen. Du hast hier eine komplette gerade Spannung von 230 Volt, das heißt, du kannst auch elektronische Geräte problemlos anschließen. Und das mit einer Leistungsschärke bis zu Dauerstrom, 3.500 Watt, ja, die Spitzenleistung, weil viele Geräte auch mal ein bisschen Anzugstrom brauchen, bis zu 3.800 Watt. Das Ganze benzinbetrieben, 12-Liter-Tank ist drin und jetzt kommen wir zum Vorteil vom Inverter. Der ist wesentlich leiser als ein herkömmlicher Aggregat, weil er nur die Motorleistung rausgibt, die für die angeschlossenen Geräte benötigt wird. Natürlich, wenn ich 3.500 Watt-Geräte angeschlossen habe, dann nimmt er die volle Motorleistung. Habe ich jetzt aber nur 500 Watt angeschlossen, dann drosselt er, Eco-Modus nennt sich das, seine Energiezufuhr, also auch die Motorleistung. Das ist ja wie beim Auto, wenn ich Vollgas gebe, braucht er mehr Strom, als wenn ich so mit 1.500 Umdrehungen fahre, dann fahre ich Energiesparren. Genauso macht er das auch. Dann auch wesentlich weniger Geräuscheentwicklung. Das Einzige, wo Sie dran denken müssen, bei allen Generatoren, ob Generator oder Inverter-Generator, es ist ein Verbrennungsmotor. Der darf nur im freien oder in sehr, sehr gut durchlüfteten Unterständen benutzt werden. Aber dann nimmt man einfach ein Verlängerungskabel, eine Kabeldrommel und legt den Strom dorthin, wo man ihn braucht. Und das ist etwas, vor ein, zwei Jahren hat man eigentlich nur gewusst, THW und Feuerwehr, die haben Notstromaggregate. Mittlerweile ist es etwas für jedermann, weil ich glaube, die Schlagzeilen haben wir alle gelesen. Ja, und vor allem habe ich auch gelesen, dass es gerade in Richtung nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres auch mal kritisch sein könnte. Aber ich sage jetzt mal so, lieber ich bin vorbereitet, als dass ich dann einmal einen Stromausfall in Längern erlebe und dann zuschlagen will und dann ist alles ausverkauft. Also im Moment hat man den Eindruck, in den Medien wird es ein klein wenig runtergespielt. Aber viele Experten haben ja gesagt, die Blackout, das Blackout-Szenario ist sehr, sehr wahrscheinlich. Wir sind nahe dran. Der wahrscheinlichste Punkt ist im Januar. Und zwar kommen da verschiedene Faktoren zusammen. Die Heizungen werden alle laufen, weil es kalt wird. Die Gasspeicher sind jetzt voll. Aber wenn Sie mal aufmerksam die Nachrichten gehört haben, wissen Sie, dass sämtliche volle 100% Gasspeicher nicht mal für ein Drittel des Jahresbedarfs bei uns reichen. Das heißt, auch die werden immer weniger. Und was heißt, wenn es weniger wird? Wir brauchen mehr, als wir nachliefern können. Also ich glaube einfach den Experten, dass es wahrscheinlich ist, dass es mal zu einem längerfristigen Stromausfall kommen kann. Und dann sollte man vorbereitet sein. Mit 3500 Watt kannst du einen kompletten Stromkreis aufrechterhalten. Ob das die Heizung ist, ob das die Küche ist. Erd lassen wir mal außen vor. Brötchen backen werden wir dann keine beim Stromausfall, beim kompletten Stromausfall. Aber die Beleuchtungen, vielleicht auch die Informationszentrale, also WLAN-Router, Radios oder Fernseh, all das, die Heizung wird wieder funktionieren. Und somit können wir auch im absoluten Krisenfall zu Hause ein einigermaßen normales Leben führen. So lange, bis die Kraftwerke eben wieder hochgefahren sind und die normale Energieversorgung hier wieder gewährleistet ist. Und ich werde immer wieder gefragt, was machst du eigentlich, wenn kein Blackout kommt? Ja, da sage ich, ich freue mich drüber. Und so einen Generator, den kannst du ja immer brauchen, also einen Wörter-Generator. Auch wenn es mal nur für die Gartenparty ist, wenn es für den Durchlaufkühler bei der Baggersee-Party ist, wo man jetzt doch mal kaltes Bier will oder den Kühlschrank. Man nimmt das mit und hilfst du mir mal ganz kurz, Rebecca? Wir werden sehen, der wiegt knapp über 20 Kilo, ist auch sehr handlich. Guck mal, den kann man ganz einfach mitnehmen, auch mal in den Kofferraum stellen. Das ist wichtig. Man kann ihn sogar allein tragen, aber warum sollte ich, wenn ich hier auch eine kräftige Frau mit habe? Also ich finde es toll, ist unser neuster Wörter-Generator. Er ist auch endlich lieferbar. Wir haben lange drauf gewartet. Aber die Nachfrage ist im Moment aus den genannten Gründen so groß, dass Sie hier schnell sein müssen. Der wird, ich denke, noch diesen Monat komplett ausverkauft sein. Ja, deswegen müssen Sie schnell sein. Mit der Artikelnummer ZX 82, 83 und der 569 können Sie sich diesen Benzin-Inverter-Generator auch noch direkt nach Hause bestellen, noch bevor die nächste Lieferung ausverkauft sein wird. Denn wir haben schon gemerkt, die letzten Benzin-Inverter-Generatoren waren auch schon sehr, sehr, sehr beliebt. Dieser hier natürlich auch, macht sich ja bemerkbar, auch hier jetzt gerade in dieser Top-Ten-Show. Da sollten Sie definitiv schnell sein. Ich meine, der sieht ja noch dazu auch noch cool aus. Ist schön kompakt für einen Generator. Sehr stabil. Kann ich schnell rausbringen und dann bin ich handlungsfähig einfach. Man unterschätzt das immer mit so einem Blackout. Man denkt, ja komm, dann mache ich halt mal eine Kerze an. Aber dass dann sämtliche Kühlketten zusammenbrechen, auch zu Hause und vor allem auch die Heizung nicht mehr funktioniert, das bedenken weniger. Und mal morgens bei 15 Grad Wassertemperatur duschen oder in der Wohnung bei 12 Grad verbringen. Ich glaube, das ist kein Zuckerschnecken. Auch hiermit können Sie Heizanlagen, auch wenn Sie Öl oder Gas haben, es geht um die Steuerelemente, eben aufrechterhalten, dass man wenigstens eine warme Bude hat und nicht frieren muss. Also es gibt so viele Aspekte, die für einen Inverter-Generator sprechen. Ich würde einfach sagen, holen Sie sich Ihre kleine Stromversicherung, denn nichts anderes ist ein solcher Generator. Das war sie, die Top Ten Show der Neuheiten mit Sicherheit. Sehr, sehr spannend. Ich fand es auf jeden Fall spannend, weil auch für mich ein paar neue Produkte dabei waren. Hier die Heizdecke, die hat mir besonders gut gefallen und der XL Dinosaurier. Wenn Sie den nicht gesehen haben, dann müssen Sie nochmal online nachschauen unter www.pearl.tv. Die TV-Sonderpreise gelten noch die nächsten zwei Stunden.